Ihr wart sicherlich alle schon einmal krank gewesen. Das ist ganz normal so. Ein Schnupfen oder eine Erkältung dauert etwa eine Woche und dann seid ihr wieder fit. Es gibt aber auch Krankheiten, die hat man ein Leben lang. Und eine solche Krankheit ist die Mukoviszidose. Das ist eine Lungenkrankheit, bei der die Lunge immer schwächer wird. Die betroffenen Kinder müssen jeden Tag dafür trainieren. Und früher wurden die Kinder nicht älter als sieben Jahre. Und wie der beschwerliche Alltag eines solchen Jungen aussieht, aber auch was seine Wünsche und was seine Träume sind, das hat meine Tochter Lisa für euch gesungen in dem nächsten Lied, Wie ein Pirat. Warum soll ich so viel turnen? Und das auch in der Ferienzeit. Wieso muss ich so oft zum Doktor gehen? Ich bin das langsam leid. Mama, warum hab ich Muko? Mama, warum gerade ich? Wieso muss ich denn nauernd inhalieren? Das versteh ich nicht. Dein Tag braucht viele tapfe Stunden. Da machst du anderen was vor. Und tausend Ärzte forschen, Tag für Tag, dein Lieblingslied im Ohr. Ich will ein Leben leben, wie ein Pirat auf allen Wellen segeln, nur wohin ich mag. Die Sonne würde niemals untergehen, ich könnte den Wind verstehen. Die Sonne würde niemals untergehen, das wäre wunderschön. Mama, warum muss ich husten? Wieso tut mir mein Bauch so weh? Warum muss ich denn tausend Pillen nehmen? Was ist da nicht okay? Wie ein Pirat auf allen Wellen segeln, nur wohin ich mag. Die Sonne würde niemals untergehen, ich könnte den Wind verstehen. Die Sonne würde niemals untergehen, das wäre wunderschön. Mama, warum bist du traurig? Du und Papa, ihr habt mich so lieb und ich bin so gerne hier. Doch irgendwann wird jeder Wunsch erfüllt, das hab ich im Gefühl. Ich will ein Leben leben, wie ein Pirat auf allen Wellen segeln, nur wohin ich mag. Die Sonne würde niemals untergehen, ich könnte den Wind verstehen. Die Sonne würde niemals untergehen, das wäre wunderschön. Ich will ein Leben leben, wie ein Pirat auf allen Wellen segeln, nur wohin ich mag. Die Sonne würde niemals untergehen, ich könnte den Wind verstehen. Wenn wir glauben, es wird weitergehen, dann wird dieses Wunder geschehen. Mama, das wär schön. Ganz bestimmt sind viele von euch schon mal und da. das wäre schön. Aber wenn ihr das hier